So, willkommen zum Let's Play Armor 2, Eagle Wing. So, wir sind jetzt mit unserem AH-64D ins Land das Innere geflogen und haben jetzt den Checkpoint Sparta erreicht. Und wir müssen gleich die feindlichen Flugzeuge abschießen. So, jetzt rücken wir langsam hier mal vor. Okay. Here we are. And Tim, don't you dare... This is Sparta. Ah. Sierra Base, this is Eagle 4-2. We arrived at Sparta. Over. Eagle 4-2, Sierra. Standby. Missing satellite data transfer. Okay, wir starten wohl gleich ein paar Flugzeuge. Einmal nochmal speichern. Okay. Sightwinder, also Luftraketen auswählen. So, wir müssen aber warten, bis die gestartet sind. Schön ruhig halten, die Kiste. Okay, Feuer. Und noch ein. Zack. Target that chopper at one. Target that lane at one. Der erste abgeschossen. Da kommt schon der zweite. Ja, komm, hebe ab. Feuer. Ja, auch nochmal. Pow. Weg mit dir. Hahaha. Target that chopper at one. Da kommt ein Hubschrauber. Target that lane at one. Und noch eine Sue. Feuer. Und Feuer. Bang. Target that chopper at one. Fire. Fire. 4-2, this is Sierra Base. Enemy units retreating in max. There is a chopper not far from Salenogorst to HVT aboard. Code name Incurrence. It's General Shagorov himself. New objective Eagle 4-2. Get to Salenogorst and intercept Incurrence. You are clear to engage at will. Over. Sierra Base, Eagle 4-2 copies on the way. Okay, das speichern wir einmal. Wir sollen jetzt... Ey, Maus. Lass mich nicht im Stech. Wir sollen jetzt zum Punkt Icarus fliegen. Und da sollen wir ein hochrangiges Ziel aufhalten, das Ivy abhauen will. Ah! Ups. Hehe. Ja, das war ein wenig tief. Dim, dim, dim. Gefällt. Naja. Das war jetzt meine eigene Blödheit. Naja, macht er nichts. So. Geht weiter. So, man wird das Feuer wieder anmachen. Das Grillgefühl uns verfolgt ein Hubschrauber. Target that. AP. Target that. Chopper. At zero. Six. No Target. Machen wir das doch einfach mal so. Kein Ziel. Okay, schon mal langsamer werden. Abbremsen. Oh, wir werden so ein bisschen beschossen. Abbremsen, abbremsen. Okay. Da vorne ist unser Checkpoint. Und da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Mal ein bisschen höher wieder. Da ist er. Es sollte kein Schmerz sein. So. Noch einmal speichern. Zack. Und auf geht's in den Kampf. Ich will meine Karte wieder haben. Target that. Chopper. At zero. Und irgendwie verfolgt uns der Hubschrauber immer noch. So. Pischen wir uns hier mal an. Target that unknown at one niner. Und Feuer. Target that tank at one niner. Da unten sind sie. Das müssen wir zerstören. Irgendwo da ist das Hochrang jetzt hier. Ah, einfach mal. Die da unten abballern. Da drüben sieht es aus, als wäre das von Artillerie beschossen hier. Die Ortschaft. Wow. Wow, wow, wow. Hoffentlich werden wir nicht getroffen. So, komm her. Ja, schön draufhalten. Jupp, erledigt. Und da ist BTR 90. Den schnappen wir uns auch. Komm schon. Ich krieg dich. Komm her. Ja. Schön draufhalten. Ja. Das war's. Speichern wir noch einmal? Da haben wir Icarus erledigt. Erfolgreich aufgehalten, der Typ. Icarus, Eagle 4, 2. How Copy. Over. Zero base to all units. Retreat, emitting. Repetit, retreat, emitting. Okay, wir sollen zu Punkt Foxhawk kommen. Was ist das? Da war ein Einsatzbeschirm kein Rede von. Priority Board. Glow, Foxhawk. Glow, Foxhawk. All operations recorded. We need to clean his position. So, we need to. What does it mean? What the hell is Code Foxtrot? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen, was Foxtrot ist. Okay. Was kommt jetzt? Wow. Wow. So, hier ist die Mission zu Ende. Wir sehen uns gleich in der nächsten Mission wieder.